Du hast meinen Crazy Cup 2023 verpasst oder möchtest noch einmal dieses Rallye-Gefühl erleben? Dann halte dir den 11.11. schon mal in deinem Kalender frei. Unter dem Namen Garrett European Metal Detector Contest startet nämlich eins der coolsten Formate in der Sondelszene. Und zwar den ganzen Tag sondeln. Nicht nur, dass wir 5 Goldmünzen finden können oder 5 Silberschätze, die wir dann mit nach Hause nehmen dürfen. Nicht nur, dass wir ziemlich coole und viele Preise gewinnen können durch Token, die wir finden. Sondern das Schöne an dieser Rallye ist, dass wir einfach wirklich entspannt sondeln können. Morgen ist Ruf aufs Feld, Buddel, 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 Silberschatz einsacken, Goldmünzen einsacken, Token einsacken und coole Nebenfunde haben. Wenn der Arm halb abgefault ist, vom Feld runter. Also genau so, wie wir es eigentlich mögen. Klingt nach einem guten Plan, oder? Ich bin auf jeden Fall dabei dieses Jahr am 11.11. auf der Koisler Rallye und vielleicht sehe ich dich ja auch dort. Das soll es gewesen sein, die Crazy News aus dem Schatzhörer-Bereich. Ich hoffe, es war was Interessantes für dich bei. Gib mir einen Daumen hoch und schreib mal unten drunter, was interessiert dich noch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich danke dir fürs Zusehen. Ich bin da mal raus.